Hallo, ich bin Claudia Fiegl, ich bin im Marketing bei der Tat von Oberboge Hofboge tätig und heute schauen wir uns einmal an, wie es toll auf den Fischen zu fahren geht. Ganz sweet. Musik Ja, hammermäßig geht es bei uns. Wie der Name schon sagt, gibt es Obergurgel und Hochgurgel. Das ist mit der Verbindungsbaum in Top Express verbunden. Und durch die Höhenlage punktet man mit Schneesicherheit und das gehen wir uns jetzt anschauen, ob es in Hochgurgel also ausschaut. Musik 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 Wir haben heute einen super Skitag gehabt. Zuerst in Obergurgel, jetzt in Hochgurgel. Traumhafte Bedingungen, super Panorama, super Schnee. Kommt uns und schaut uns ein Gesalber an. Ich muss jetzt leider wieder ins Büro. Tschau, viel Dank. Musik 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 Musik